Musik 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 Das ist ein Fokke. Das ist ein Fokke. Das ist ein Fokke. Das Ding hat ich weggeschickt. Kann sein, das ist eben ein Fokke. Hand weg. Das ist nicht hingefallen. Vollkopfschutzweg. Das ist nicht hingefallen. Das ist nicht hingefallen. Das ist nicht hingefallen. Vollkopfschutzweg. Das ist ein Sau nachzusetzen. Und vielleicht in Afghanistan steht und die anderen. Das ist nicht möglich. Ja. 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 Ein Vertreter bitte von Wienmann-Tekwando zum Wettbewerb. Ja. 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 Dann hast du jedenfalls K.O. getreten und so hast du es geschafft, weil du nachgesetzt hast. Du hast die Punkte, die 11 Punkte nur passiert, weil du kickst einmal, bleibst stehen, sie trifft dich. Du musst zwei-, drei-, viermal picken. Wenn du nach vorne gehst, einmal und zwei-, und dann hoch, gewinnst du das locker. Du musst nur nachsetzen. Wenn du einmal kickst, macht sie Punkt, dann kriegst du zwei-, dreimal, holst viele Punkte. Weil sie kann nur einmal kicken. Wenn du den Blocks richtig nachsetzt, kriegst du sie. Setz immer nach. Weiter geht's. Nachsetzen! 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 Jaa! Jaa! So ist es gut, Kiriaki. Wenn du kickst, dann musst du immer nachsetzen. Das klappt. Darum geht es nicht. Auf! Ich bin jetzt nicht am 1.0. Wir sind jetzt am 1.0. Der 2.0 auf! Wir sind jetzt am 1.0. Wir sind jetzt am 1.0. Wir sind am 1.0. Wir sind jetzt am 1.0. Wir sind jetzt am 1.0. Wir sind am 1.0. Na, wir sind am 1.0. Da musst du nachsetzen. Nachsetzen. Nachsetzen.